Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle Freunde des Schuh-Wie-Du YouTube-Kanals und natürlich an alle Abonnenten und alle Freunde, die sich sowieso für Kinderfüße, Kinderschuhe und dergleichen interessieren. Tja, wir haben ja eigentlich schon so vieles über Kinderschuhe gesagt, aber hin und wieder passiert es dann doch im Laufe eines Kundengespräches, dass da etwas zur Sprache kommt, da hätten wir jetzt nicht mal im Traum dran gedacht. Muss ich aber auch wirklich so sagen, aber es ist immer wieder mal, was wir für Eindrücke mitnehmen aus den Kundengesprächen, fließt dann natürlich wieder hier in das Video oder in die gestellten Videos mit rein, eingestellten Videos mit rein. So, es geht um folgendes. Man hat ja jetzt sehr häufig, man kauft einen neuen Schuh fürs Kind und stellt dann zu Hause fest, oh, da gibt es ein kleines Detail, da habe ich aber jetzt gar nicht drauf geachtet. Wie geschehen bei mir diese Woche zum Beispiel zweimal? Eine Kundin, sozusagen Schuh gekauft, zwei Tage später steht sie wieder bei mir im Geschäft und sagt, Frau Nowak, die Schuhe sind toll, die sind wirklich toll, die sitzen auch richtig toll bei meinem Fuß, am Fuß meiner Tochter. Aber, wie kriege ich denn die Sohle wieder sauber? Ich habe das jetzt schon versucht mit verschiedenen Mitteln, die ist ja schmutzig. Ist da was schiefgelaufen beim Transport, bei der Lagerung? Wie das dann in dem Moment ist, kann ich mir dann manchmal ein Schmunzler nicht ganz verknüpfen und sagen, nee, es soll so sein. Das ist Just Look. Also dieses schon leicht gebrauchte Aussehen an Sohlen, damit sich sozusagen Eltern oder die Augen der Eltern nicht unbedingt an einer superhellen Sohle und an den Abnutzungen stören. Und das Prinzip oder diese Technik wird bei vielen eben halt angewendet. Das heißt also, selbst hier beim Tellio sind so Fragmente mit in die Sohle aufgesprüht. Die ist auch nicht ganz eben, deswegen bleibt das dann auch hier so ein bisschen haften. Und genauso wäre es auch hier zum Beispiel bei Däumling, damit sich jetzt die helle Gummisohle von dem recht dunklen Oberleder nicht ganz so dolle absetzt, wird auch hier ein bisschen gesprüht, poliert, gebürstet, damit sich das ein bisschen angleicht und damit auch hier irgendwie eine gewisse Harmonie mit Eintritt in der Farbe. Weil dieser Schuh mit einer ganz weißen Sohle würde jetzt doch ein bisschen ulkig aussehen. Und so fügt sich das hier sozusagen in eine harmonische Optik hinein. Also liebe Eltern, wenn ihr solche Schuhe kauft, die sind nicht schlecht oder haben einen Mangel, die müssen auch nicht reklamiert werden. Das soll einfach so sein. Wunderschöne Schuhe. Wie gesagt, manchmal sieht man auch diesen Effekt unten nochmal auf der Sohle. Auch dann sieht es manchmal leicht gebraucht aus. Aber dadurch, dass man das dann immer sehr gut erkennen kann, ob ein Schuh jetzt überhaupt genutzt wurde oder vielleicht schon auf der Sohle, auf der Straße getragen wurde, erkennt man das. Demzufolge, Youslook ist kein Mangel, ist sogar ein optischer Vorteil, soll so sein und ist bei Weitem noch kein Reklamationsgrund. Was sagt euch das? Man lernt nie aus, auch wir nicht. Und ich denke mal, die eine oder andere Mami auch nicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.